Und willkommen zurück zu Let's Play Crash Bandico 3. Okay. Bin ein bisschen angepisst. Diverse Aufnahmen, die eigentlich als die letzten Parts gelten sollten, hat Fraps verkackt. Ergo, konnte ich nichts holen. Nichts zeigen. So, jetzt geh ich bei Dynomite rein. Gucken, ob ich da was reißen kann. Denn ich weiß, es ist der Level, wo ich gestorben bin wegen einem blühen Fisch. Und ich weiß auch, hier ist eine Todesplattform. Die hole ich mir jetzt. Ja, dampf du mal. Ich werde mir dann noch möglicher noch bei der Kästchen holen. Du blöder Kacke, schon trifft es mich jetzt auch in Dreck. Na, komm. Ich könnte eine gelbe Plattform gebrauchen. Mit dem geheimen Warp Room komme ich hier wohl nicht weit. Ja, genau du. Er kann so schön überall durch. Das ist genial. Mit nur kein Turbogramm. Genau wie der blöde Iceman Crash Bandico 2. Da ist doch auch schon 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 genug. Übel weit springen. Nur hier darf ich denn. Oh nooos. Ich mein, hab ich schon ein E einmal, aber... Ne. Es gibt immer irgendwas. Irgendwo. Irgendwie. Irgendwann. Ich hab's früher schon mal geschafft, äh, den gelben Edelstein zu holen, aber fragt mich. Ich weiß es nicht. Ich will's im Übrigen auch nicht mehr wissen, weil, wenn ich jetzt schaffe, noch einen Edelstein zu holen, deswegen der Peer zum Ende gemacht habe. Ist das IP beendet. Es hängt schon so lange bei mir in der Liste der noch zu spielenden. Ich will das endlich da raus haben. Ich will's endlich beenden, weil... Dann muss ich mich nicht mehr darum kümmern. Dann kann ich mich endlich auf andere Sachen konzentrieren. Und dann kann ich mich nicht mehr machen. Ich hab natürlich nicht alle Gäste gekriegt. Das war ja klar. Hm. Ne, ich mach noch ein Level, das reicht nicht aus. Hier hab ich schon alle. Hier hab ich auch alle. Ich frage mich, wo zum Teufel die rote Plattform ist. Und die lila Plattform. Mal schauen. Natürlich hab ich hier den. Hier hab ich auch alle beide. Ja genau, wie viel. Lila Ding war ja hier. Hab ich auch alles. Hier fehlt mir nur der Gelbe. Nur der Gelbe. Mal gucken, ob da ein Todesplattform ist. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich hab auch keinen Bock, mich umzusehen. Das wär ein bisschen cheap. Zumindest wenn ich das. Bei nem Blend-LP ist es okay. Wenn er echt nicht weiterkommt. Also jetzt mach voll nicht ein Kumpel. So. Ich werd auch mal von der Puten. Dich putsch ich auch mal aus der Welt. Und sollte meinen, der Mehrfachdreher geht auch hier. Aber es geht nicht. So mag ich das. Nein, 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 nein. Nicht sterben. Das wird ja wirklich schon vergessen. Man kommt nicht auf Todesplattform, wenn man stirbt. Also, auf ein neues. Und nochmal. Dich tut ich jetzt mal so. Ich, Annal-Ritter. Okay, was nehm ich hier für Worte hin? Und zum Zeitpunkt Kitties, meine LPs. Die Masche an die Kinder denken. Kack beratsen. Die dann den ganzen Tag nerven und dann meinen, sie dürften alles in Haus machen. Süßigkeiten, Futter und so ein Mist. So, hier war ich letztens gestorben. Und, psch. Ich würde mich jetzt mal verziehen, die ich nämlich liegen gelassen habe. damit ich die Kiste mit Fragezeichen kriege. So, der Teenager sieht mir jetzt mal einen Scheißdreck. Die beiden Äpfel sind mir jetzt auch mal egal. Und einen Bonus lasse ich doch nicht aus. Ich bin mal gespannt, was es diesmal ist. Ach so, ja. Ja. Leben. Ich hab 279, aber hey. 81. 82. Ach Mist. Schauen. Die Tricks müssen wir halt. Fick dich mal. Mist. Die krieg ich nicht. Ach was soll's. Ist ja bloß ein Leben. Von denen ich auch schon genug habe. Ich hab ja auch schon alle Kisten mal gehabt hier. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr. Ich hoffe, wenn das Spiel tierischen Spaß macht, ist es blöd, alle Emirates zu suchen und da nicht zu wissen, wo sie sind. Und auch mit einem dämlichen LP die ganze Zeit herumzurennen und keine Ahnung zu haben. Also wenn nicht ist hier an dieser Stelle. Ich hoffe, dieses Mal ist die Aufnahme auch vernünftig. Und wir sehen uns dann beim nächsten LP wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.